Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Paula und ich war jetzt schon länger nicht mehr hier. Ich hoffe einige von euch kennen mich noch. Mein Kanal The Reading Fox ist in letzter Zeit etwas vernachlässigt worden aus diversen Gründen privater Natur und beruflicher Natur und wie das halt so ist. Und mit diesem Video wollte ich mal wieder Hallo sagen. Der Kanal existiert tatsächlich noch. Der Kanal wird nicht eingestampft. Ich habe auch wirklich oft Lust, Videos zu drehen, aber ja, wir hatten ein Haus gekauft, wie ich glaube ich schon erzählt habe letztes Jahr. Und dieses Haus nimmt halt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil wir diverse Sachen selbst renovieren, selbst machen, weil die Preise, wie wir alle wissen, ja immens in die Höhe geschossen sind und wir nicht zu den Glücklichen gehören, die diverse Millionen auf dem Konto haben. Deshalb machen wir sehr, sehr viel selbst und arbeiten natürlich noch nebenbei. Da kommt halt die Freizeit leider etwas kurz. Auch das Bücherlesen tatsächlich. Ich habe in letzter Zeit nicht sehr viel gelesen. Ich habe sehr viel gehört. Ich habe diverse Buddy Reads mit Tanja, mit Miss Duncan Cherries Bücherstapel, die mir sehr viel Freude bereiten, weil es einfach Schlaune macht mit Tanja zu lesen und die Bücher ja fast schon auseinander zu nehmen. Ich glaube Tanja und ich begreifen absichtlich zu Büchern, die wir wirklich auseinander nehmen können, mit der Hoffnung, dass wir eines Besseren belehrt werden. Manchmal klappt es. Wie dem auch sei, ich wollte euch jetzt ein bisschen mitnehmen, was ich in letzter Zeit so gelesen habe, wie meine Pläne eventuell sind für die nächsten Monate. Also ich plane jetzt nur noch quartalsmäßig voraus. Ich habe nämlich festgestellt, dass alles andere keinen Sinn macht bei mir, weil immer irgendwas dazwischen grätscht. Ob es jetzt der Beruf ist oder die Kinder sind oder irgendwas, ist immer. Und dann klappt das alles nicht so sehr. Jetzt habe ich ein Fussel im Mund. Wie man auch sieht, habe ich hier wieder eine andere Location. Das ist der Bungalow, den ich auf meinem Grundstück stehen habe. Wie die Dicke denkt, das klingt, ist es nicht. Dieses, dieser Bungalow ist, war angedacht für meine Mama. Da hätte meine Mama mit einziehen sollen. Der steht bei uns auf dem Grundstück mit. Meine Mama ist ja leider verstorben, wie einige mitbekommen haben. Und dementsprechend habe ich jetzt diesen freien Bungalow, der auch keine Mieter mehr hat, weil die ausgezogen sind. Das wollten wir so. Und Neuvermietung würde jetzt hier erstmal nicht in Frage kommen, weil sehr viel hier auch gemacht werden hätte müssen. Und das sparen wir uns jetzt mal. Aber wir haben das große Wohnzimmer. Da steht jetzt eine Tischtennisplatte drin. Mein kleines Kind hat seinen Geburtstag auch hier drin gefeiert. Das bietet sich ja dann an. Hier ist eine Toilette, hier ist eine Küche. Hier ist eigentlich, also eine Küche ist nicht drin, aber es ist ein Raum für eine Küche vorhanden. Die Küche ist, die haben die Mieter auch mit rausgenommen. Es ist alles da. Genau. Und dieser Raum hier, den habe ich mir, den habe ich mir abgezwackt als Bücher, Schrägstich Büroraum. Hier ist alles mit Holz verkleidet, komplett. Wenn ich auch mal aufgeräumt habe, hier ist ein Wust noch sondergleichen um mich herum, dann werde ich euch den Raum auch mal zeigen. Ich habe sehr viel mit Styropor abisoliert noch zusätzlich und habe diese ganzen Holzwände hier einmal komplett rumgestrichen. Das ist so Teakfarbe. Da habe ich auch nichts gemacht. Die Decke ist ebenfalls Holz. Ja. Und diesen Raum nutze ich jetzt mal das Bücherregal hinter mir. Dieses kleine habe ich jetzt ein bisschen selber gemacht, weil ich wollte mir Billigregale holen. Aber Billigregale sind ja momentan auch wieder so teuer. Und dieses Geld habe ich gerade einfach nicht. Somit habe ich mir vom Turm hier so Füße schneiden lassen. 25 cm. Jeweils sind so lange Pflocken. Die habe ich mir schneiden lassen. 25 cm. Und dann auch vom Turm so ein Brett gekauft. Und jetzt stock ich das immer auf. Immer wenn ein bisschen Geld übrig ist, kaufe ich mir ein Brett und Füße und stock das immer weiter auf. Und irgendwann werde ich es auch noch anmalen. Ich habe meine Vorliebe für Kreidefarbe entdeckt. Meine liebsten Baummaterialien mittlerweile sind Styropor, Kreidefarbe, Baumschaum, Bauschaum und Acryl. Damit baue ich euch ein Haus. Ich habe alles damit, achso und Kipsplatten natürlich. Ich habe damit sämtliche Renovierungsarbeiten im Haus oben. Klappt wunderbar. Kreidefarbe ist meine neue Lieblingsentdeckung. Wir haben uns eine Küche gekauft. Ich kann es euch vielleicht mal einblenden. Da uns das Geld ausging für eine neue Küche, haben wir... Was machen wir? Und wir haben uns eine gebrauchte Küche gekauft. Die sah noch sehr, sehr, sehr gut aus. Also die Vorbesitzer. Ich weiß nicht, ob die die Küche benutzt haben. Aber die sah noch super, super toll aus. Aber die Farbe hat mir nicht so gefallen. Die war... Also wie gesagt, ich versuche ein Bild einzublenden. Buche, Ton. Das ist halt nicht meins. Wir wollten eine dunkle Küche haben. Also habe ich mir Kreidefarbe besorgt und habe das lackiert. Inner, das ist schiefer schwarz. Also nicht grau und nicht schwarz. So ein Mischmasch sollte ja doch nicht zu schwarz werden. Und das gefällt uns super gut. Und wir haben natürlich auch dementsprechend. Also die Hochschränke auf der einen Seite. Wir können keine Hochschränke hinhängen, weil unsere Decken ziemlich niedrig sind. Das ist ein altes Haus. Damals hat man noch nicht so hoch gebaut wie heute. Und ich habe die Hochschränke einfach umfunktioniert. So normale Schränke. Hab dann eine Leiste weiter unten am Boden befestigt, damit die Türen natürlich aufgehen. Und habe, weil die auch nicht so tief sind. Die Küche ist nicht... Sie ist auch sehr schmal zudem. Und zweimal 60 würde da nicht hinpassen. Also einmal 60 auf der einen Seite Tiefe und auf der anderen sind es 40. Klappt wunderbar. Und ich habe sogar noch Restschränke übrig gehabt für den Bungalow. Da soll ja irgendwann auch wieder eine Küche rein. Zumindest ja sowas vergleichen. Ja. Somit verbringe ich momentan meine Freizeit. Ich habe unsere eingangs die Treppe nach oben ebenfalls gestrichen. Sie war in einem romantischen biisch-gelb-braun und dunkelbraun gestrichen. Mit so Teppichschonern drauf. Sehr romantisch. Muss der weg. Habe ich jetzt weiß und taubenblau gestrichen. Ist aber noch nicht fertig. Frock. Jetzt den Frosch auch losgeworden. Genau. Die Treppe zeige ich euch, wenn sie fertig ist. Die benötigt einen zweiten Anstrich plus Schutz drauf, damit man drauf rumlaufen kann. Aber ja, somit verbringe ich meine Freizeit. Momentan kommt alles, was ich persönlich gerne habe. Viel zu kurz. Aber das Haus hat gerade Vorrang. Vor allem, wenn man irgendwas sieht und man findet es so hässlich, muss man es einfach ändern. Und ich bin da keine, die das lange aushält. Diese Treppe hätte überhaupt keine Priorität gehabt, weil die ist ja so eigentlich, man kann sie benutzen, ist eine Treppe. Punkt. Aber sie ist halt kotzehässlich und das stört mich halt. Jedes Mal, wenn ich heimkomme oder auch rauslaufe, hochlaufe, denke ich mir, da muss ich es halt einfach ändern. Ja, gelesen habe ich in letzter Zeit aber tatsächlich auch was. Ach ja, ich wollte noch erzählen, weil ich die Bücher gerade sehe beim Einräumen der Bücher. Ich habe festgestellt, ich habe sehr, sehr viele Adriana Popescu Bücher. Da ist tatsächlich die Mehrheit momentan, außer meine uralten Mary Higgins Clark Bücher, die sind aber schon wirklich so uralt und ich möchte sie nicht weggeben. Die sind noch aus den 90ern. Aber nach Mary Higgins Clark kommt gleich Adriana Popescu. Tatsächlich. Ich habe zumindest bis zu dem, na, bis zum letzten, das sie als Sarah Fischer geschrieben hatte, habe ich glaube, ich habe ich alle hier. Genau. Aber ja, ich habe sehr viele Adriana Popescu Bücher. Das gefällt mir. Ja, dann wollte ich euch zeigen, was ich hinlässt. Achso, nein, ich habe noch was. Ich filme ja wieder mit dem Handy, weil meine Kamera immer sagt, die SD-Karte geht nicht. Und dann sagt sie, die SD-Karte geht wieder. Und dann filme ich und dann ist nichts drauf. Das ging mir schon zweimal so. Ich habe nämlich ein tolles Wanderpaket noch hier von Tanja. Bis zu sagen, ein Charis Bücherstapel. Und habe es ausgepackt. Zweimal. Und die SD-Karte hat gesagt, ne, heute nicht. Und deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr. Das dritte Mal, weil Tanja möchte ihr Paket ja auch wieder haben. Ich zeige euch einfach die Bücher, die ich bei Tanjas Paket mir rausgenommen habe. Ich mache jetzt nichts, was ich rein habe. Das macht vielleicht Tanja dann. Mal gucken. Und zwar habe ich mir aus Tanjas Paket genommen einmal Telefonseelsorge. Da geht es wohl drum, dass eine total verzweifelt und besoffen und alles ist schiefgelaufen im Leben irgendwo anruft. Und wahrscheinlich beim Typen. Und so entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Ich musste lachen, als ich den Klappentext gelesen habe, weil ich war neulich auf einer Veranstaltung. Und dann hat eine gefragt, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Und dann hat sie erzählt, wie ihre Eltern... Weil unsere Geschichte ist eine Kuriose. Und dann hat sie erzählt, wie ihre Eltern sich kennengelernt haben. Und tatsächlich hat ihr Vater auch bei der Mutter angerufen. Hat sie aber verwirrt gehabt. Wollte woanders raus. Und so haben die sich kennengelernt. Ist vielleicht gar nicht so abwegig, diese Geschichte. Und dann habe ich mir noch... Moment, weil das sind zwei Bücher, die zusammen gehören. The Hollow and the Haunted von Jessica Birday. Rausgesucht. Da geht es um eine... Ich glaube, das ist so eine Gothic angehauchte Sleepy Hollow Geschichte. Und sie verliebt sich in ihn. Genau. Und es ist aber nicht so, wie es scheint. Es kam mir ganz cool vor, weil es erinnerte mich an... Ich habe neulich Belladonna gelesen, beziehungsweise gehört. Und es ist ja auch so eine... Dark Romance Gothic wird es beschrieben. Und ich glaube, das könnte auch sowas sein. Ja, die zwei habe ich mir rausgesucht. Das ist Teil 1 und Teil 2. Dann habe ich mir rausgesucht... Ja, so ein Bumsbuch. Tears of Tess. Da geht es wohl um eine... Tess, ja, um Tess. Und sie reist mit ihrem Freund nach Australien und möchte... Oder in Australien rum. Und möchte halt mit ihm, ne... So ein bisschen aus der Comfortzone raus und mal Sachen probieren, die sie sonst nicht macht. Aber sie wird wohl entführt und an irgendeinen... Ja... Millionär als Sexsklavin wohl verkauft. Ich bin mal gespannt. Diese Bücher sind ja momentan in aller Munde. Ich habe diese Dark Night Glow. Die Dark Glow Reihe. Die habe ich gelesen. Fand ich nicht schlecht. Fand ich zwar teilweise ein bisschen zu heftig. Von dieser Odessa. Das ist eine spanische Schriftstellerin. Fing sehr gut an. Ich kann es euch ja mal einblenden, wenn ich daran denke. Fing super an. Ist teilweise wirklich hart. Also... Dafür, dass es auch auf Burgbiet frei zugänglich ist. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt kein Moralapostel, ne? Jeder, wie er mag. Aber wenn ich da... Manche 16-jährige Mädels, sage ich jetzt mal, die ein bisschen Zeit haben, beseitet sind. Wobei die wahrscheinlich nach sowas nicht greifen würden. Von daher ist es schon wieder okay. Und dann habe ich mir von Judith Merchant. Atme. Das ist ein Thriller. Da geht es um eine Frau, die einen Mann kennenlernt. Und die ist total glücklich mit dem. Und dann verschwindet er und keiner will ihr helfen. Ähm... Außer die Ehefrau. Die hilft ihr dann. Bin gespannt. Kann gut sein. Muss nicht. Mit diesen Ehefrauen. Genau. Das sind die fünf... So, vier, fünf... Bücher, die ich mir aus Daniels Paket rausgenommen habe. Und reingelegt habe ich auch fünf. Genau. Und dann wollte ich euch zeigen, was ich in letzter Zeit so gelesen habe, über den Sommer herum. Das lief eigentlich so ganz gut. Und dann... Schwupp. Verließen sie mich wieder. Ähm... Die Reihe habe ich angefangen. Die hat mir super gut gefallen. Und ich dachte eigentlich, dass ich sie in einem Rutsch durchlesen werde. Aber dann war der Sommer schon wieder vorbei. Und ich bin ja so ein Jahreszeitenleser. Es ist furchtbar. Ich kann Sommerbücher nicht im Winter lesen. Also ich könnte schon, aber ich möchte nicht. Und zwar spreche ich von Love It Island. Emilia Schilling. Teil eins und Teil zwei. Also Teil eins ist rosa. Teil zwei ist gelblich. Und... Hier geht es um... Wie heißt die denn? Macy. Macy Styles ergattert einen Job. Hier geht es um Macy Styles und sie ergattert einen Job auf Love It Island. Sie möchte ihrem Leben zu Hause entfliehen und erhofft sich dadurch so ein bisschen neu anfangen. Dort kennt sie keiner. Dort... Ja... Beginnt alles von Neuem. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Weil hier kriegt man ein schönes... Ja, so ein schönes Feeling von Karibik und Sommer und Sonne. Und das macht wirklich Spaß. Der zweite... Äh... Ist das so ein typischer Lückenfüller. Der ist nicht mehr ganz so viel auf der Insel, aber trotzdem noch sommerlich. Und beim dritten... Äh... Den hatte ich angefangen. Da hänge ich aktuell noch. Ist glaube ich sogar noch auf Rido... Ähm... Currently Reading. Aber... Damit werde ich jetzt warten bis Mai, Juni wahrscheinlich. Und das dann zu Ende lesen. Ähm... Genau. Diese Reihe fand ich sehr schön. Dann hatte ich ein Buddy Read mit Tanja, Aaron und Steffi. Ich blende euch die Kanäle alle unten ein. Das ist einmal Lady of the Books. Drunken Cherries Bücherstapel und Bücherjäger. Genau. Wir hatten uns ja getroffen im Sommer. In Nürnberg. Und äh... Leo von Dunkelbunte Träume hat uns das ans Herz gelegt. Dieses Buch. Und das haben wir zusammen dann gelesen. Ja... War ganz... War ganz gut. Ähm... An Ellie Hazelwood. Das war ja hier diese Beschreibung, dass es ja so ein bisschen in die Richtung geht. An Ellie Hazelwood kommt es nicht ran. Also so lustig wie Ellie Hazelwood ist es nicht. Aber es ist durchaus unterhaltsam. Ähm... Hier geht es um Olivia. Und sie ist halt... Sie wird halt vom Pech verfolgt. Sie zündet aus Versehen das Haus an. Und... Ja... Lauter komische Sachen passieren ihr. Äh... Und eines Tages bekommt sie halt eine SMS von einem, den sie nicht kennt. Und so beginnt das halt. Und ja... Es ist ganz niedlich. Manchmal sind Sachen dabei, wo man sich denkt, oh das hätte man noch ein bisschen in die Länge ziehen können. Uns hat es gut gefallen. Ist eine... Ja... Lustige Geschichte für zwischendurch. Und es hat natürlich wieder an so einem Farbsnitz. Genau. Dann habe ich gelesen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also ich habe jetzt natürlich mehr gelesen. Aber ich habe die Bücher, die mir besonders gut gefallen haben, jetzt einfach mal ein bisschen rausgepopelt. Ähm... von Mareike. Deren Geschichte. Deren Geschichte. Das habe ich jetzt hier wieder gefunden. Die Beschreibungen der Landschaft sind wunderschön. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich werde mir den zweiten Teil auch besorgen. und erhoffe mir da natürlich ebenfalls so schöne Landschaftsbeschreibungen. Es ist... Ähm... Ja... Wirklich zauberhaft beschrieben. Und man findet sich direkt in den Rocky Mountains wieder. Ja. Und ja, die Kolibris haben hier auch eine Rolle. Ne? Hummingbird. Genau. Dann habe ich Ophelia Scale. Da hatte ich, glaube ich, eine Instagram-Abfrage gemacht, was ich als nächstes lesen sollte. und habe mich für Ophelia Scale entschieden. Die Welt wird brennen, ist der erste Teil. Ich habe nur den ersten Teil hier. Ich habe alles andere gehört bei BookBeat und habe die anderen mir nicht noch gekauft, weil, wie gesagt, das gute Geld sitzt gerade nicht so locker. Hierbei geht es um Ophelia und sie lebt in einer Welt, in der Technologie verboten ist. Ähm... Diese war früher erlaubt und sie war mit ihrem Vater auch... Ja, ihr Vater war ein... Ja... Wie sollte man sagen? Also der hat sehr viele coole Sachen entwickelt und sie war auf gutem Weg, dies auch zu tun. Das wurde allerdings irgendwann verboten vom König. Der hat gesagt, die Technologie ist böse. Man soll wieder zu sich selbst finden. Und... Ja, dadurch ist Ophelias Welt mehr oder weniger in die Brüche gegangen. Sie... Ähm... Und kämpft eben dafür. Dann lässt sie sich ins Schloss einschleusen und hofft so, dass sie dem König so nahe kommt, dass sie ihn töten kann. So der Plan. Dann lernt sie aber den Bruder des Königs kennen und das Ganze nimmt seinen Lauf. Und im Laufe der Bücher kommen auch Sachen ans Licht, die wirklich erschreckend sind. Denn, ähm... Wir befinden uns gerade so noch nicht dort, wo sie ist, aber der Weg dorthin, der wird gerade schon geebnet. Und, ähm... Ja, ich weiß nicht, wie... Es könnte das neue Zukunftsbuch sein, die, ähm... Vorhersagen der Ophelia Scale, äh... Scale in dem Fall Lena Kiefer. Schauen wir mal, ob Lena Kiefer uns ja eine Zukunft prophezeit, die eventuell so eintreten könnte. Kann man sich durchaus vorstellen. Ähm... Ja. Hat mir sehr gut gefallen, die Reihe. Kommt sehr. Meine Lieblingsdystopie ist immer noch von Ursula Poznanski, die Illeria Trilogie. Ähm... Das hier kommt aber gefährlich nahe. Also, ich denke, ich werde mir die Bücher vielleicht auch doch besorgen. Ich habe die Hardcover-Ausgaben. Hat mir sehr gut gefallen. Auch das Ende fand ich super. Hier fand ich nicht mal den mittleren Teil langweilig, was ja bei mir oft der Fall ist. So, und das Letzte, was ich gelesen habe, was ich sehr schön fand, ähm... war die Honey... An Honeymooners... Oh, wenn man die Buchstaben im Kopf verdreht schon. Von Christina Lauren. Natürlich. Mit Farbschnitt. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele Farbschnittbücher ich mittlerweile habe. Ich kaufe sie nicht mehr bewusst. Mir ist das egal. Ich habe Iron Flame gesehen, dass das Hardcover mit Farbschnitt... 6 oder 38 Euro... Ja... Hakt es jetzt bald. Ähm... Nö. Und da ich den... Ähm... Ist mir das egal. Das ist... Ja... Wie gesagt... Ich achte da schon gar nicht mehr. Jetzt ist das nichts mehr Besonderes mehr. Diese Buchschnittsachen sind nicht mehr besonders. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Was kauft ihr euch bestimmte Buchschnitte? Es gibt ja die Bücherbüchse... Es gibt ja die Bücherbüchse, die macht ja spezielle Buchschnitte und spezielle Ausgaben. Das finde ich schon wieder cool, weil das ein Buch ist, was so gar nicht existiert. Die machen wieder spezielle Ausgaben. Aber alles andere finde ich jetzt schon nicht mehr... Hat ja jetzt fast jedes Buch einen bunten Buchschnitt. Das ist nichts mehr Besonderes. Hierbei geht es um Olive und Ethan. Und sie ist die Schwester der Braut. Und ihre Schwester hat so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Bezüglich der Hochzeit, das Kleid, die Location, die Reise danach und so weiter. Und auch das Buffet. Und bei dem Buffet handelt es sich um ein Schalentieren-Fisch-Buffet. Und Olive und Ethan mögen das nicht, essen das auch nicht. Alle anderen schon. Und alle anderen sitzen dann mit Magen, Darm und allem möglichen zu Hause. Und denen geht es hundeähnend, aber den beiden eben nicht. Daraufhin sagt die Schwester, du pass auf. Ihr müsst die Hochzeitsreise antreten, weil es wäre ja schade drum. Genau, ihr müsst das tun. Und daraufhin sagt sie sich, mit dem will ich eigentlich nicht, weil die können sich wohl nicht ausstehen. Irgendwas ist in der Vergangenheit passiert und die zwei sind sich spinnefeind. Aber sie tun das natürlich, weil Hawaii, 14 Tage glaube ich, Maui, sagt ja keiner nein. Sie versuchen sich halt da irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das klappt natürlich nicht. Und da ich in diesem Sommer mal wieder die komplette Staffel von Hawaii Five-O durchgesuchtet habe, war dieses Buch natürlich für mich. Christina Lauren hat es für mich geschrieben und ich fand es wirklich schön. Also auch die Beschreibungen, was die hier so unternommen haben, fand ich einfach schön. Es ist natürlich eine leichte Lektüre, man darf jetzt hier keine hochtrabenden Worte erwarten. Aber es ist wirklich schön, es ist lustig auch und mir hat es wirklich gut gefallen. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ein Sommerread, ja. Aber ja, obwohl es gelb ist. Ich stehe ja nicht so auf gelb. Ich bin kein Gelb-Fan, muss ich gestehen. Außer Blumen. Ja, Blumen schon. Gelbe Blumen sind toll. Aber alles andere, ich bin kein Gelb, steht mir auch nicht. Ich schaue da drin aus, wie ein Ei das ausläuft und deswegen mag ich das auch nicht. Genau. Ja. Was habt ihr denn so in letzter Zeit gelesen? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe sehr, dass ich es wieder schaffe, jetzt mehr Videos hochzuladen. Ich habe da wirklich sehr viel Lust drauf und hoffe, dass ich das auch hinkriege. Ja. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und auch das Glöckchen drückt und euren Freunden sagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Hast du Idee!